Morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil wir auch eine Reaktion zeigen wollen. Wenn wir vorne rein wollen, noch weiter vorne oder da bleiben, dann bin ich der Meinung, sollten wir dieses Spiel morgen zu Hause gewinnen. Und dahingehend werde ich die Mannschaft auch einstellen. Und jetzt zeigt sich auch der Charakter der Mannschaft, die Mentalität und die Hatsi, dass sie auch auf das Spiel gegen Gladbach jetzt am Morgen eine Reaktion zeigt. Und man redet manchmal viel zu viel über gewisse Dinge. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und viele Dinge müssen wir einfach auch besser machen. Deswegen erwarte ich mir morgen auch eine gute Reaktion und das ist mein Job grundsätzlich immer. Auch wenn man gewonnen hat, habe ich mit ihnen gesprochen, man soll es nicht dramatisieren. Nur wenn man jetzt einmal 4-0 verloren hat, dass man jetzt glaubt, man muss in Aktionismus verfallen und alles noch viel anders machen. Die Jungs kennen mich, die Jungs wissen, was sie auch besser machen müssen. Das haben wir auch angesprochen. Und nochmal, ich bin morgen auch davon überzeugt, dass wir ganz ein anderes Gesicht präsentieren.